hallo ich bin ted hallo holger spielst du mit teddy bären oder was nein ich wollte nur unsere nächste filmkritik ein bisschen kreativ anmoderieren denn da geht es auch um einen sprechenden teddy der ist aber ein bisschen größer als der hier okay und der heißt ja achtet genau mark wahlberg und sein kuscheliger bester kumpel dann zeigen wir doch erstmal den ausschnitt ich bin schon ganz ehrlich eigentlich hattest du auf der tanzfläche so gar nichts verloren ich kenne echt coole muss ich fand es eher peinlich alles gute zu mir ich liebe dich ich liebe dich ja ich verstehe das nicht man echt nicht du bist 35 und hast immer noch angst wenn es doch gar nicht ich habe ja aber dies fürs leben richtig johnny auf jeden fall komm rein wir singen den donnersong wenn du den schall des donners hörst mach dir nicht ins hemd schnapp deinen donnerbuddy und sing ganz ungehemmt fick dich donner leck mich doch am sack du arschloch kannst mir gar nichts du bist nur gottes kack ich habe mädchen kennengelernt sie ist kassiererin ach was ist ja super okay gut das war wohl ein tick zu viel und wie heißt sie ist ein assi name rate mendi nein maryland nein britney nein tiffany nein candace nein alter verarsch mich nicht ich kenne mich aus mit dem scheiß ich sehe ich so aus als würde ich dich verarschen ich meine es ganz ernst jetzt kommen ein paar namen hintereinander wenn er dabei ist will ich den buzzer kommt der buzzer ja okay brandy heather channing rihanna amber sabrina melody dakota sarah bambi crystal samantha autumn ruby taylor tara tammy lauren chaline chantel kirkney misty jenny christa mindy noel shelby trina riva cassandra nikki kelsey shauna jolie and earlene claudine savannah casey dolly kendra collie chloe devin malou scheiße becky nein warte ist es einer dieser namen mit einem lynn hinten dran jep ok brandy lynn heather lynn channing fuck ja wie sie wahrscheinlich im trailer schon gesehen haben ist ted nicht irgend so ein kindgerechtes nettes wesen nicht wirklich sondern der ist ganz schön derbe drauf der typ er kifft er ist sexistisch er ist ein prolet und er singt versaute sprüche singt versaute sprüche genau versaute lieder dabei beginnt alles irgendwie so harmonisch der john spielt von von mark wallberg ist erst ein kleiner junge und bekommt dann diesen teddybären äh zu weihnachten geschenkt er wünscht sich dann dass dieser teddy lebendig wird sein besser freund wird und seine sternschnuppe kommt dann und erfüllt diesen wunsch auch und ähm ja aber äh dieser teddy den würde auch nicht mehr los denn plötzlich ist 27 jahre später äh john ist längst ein erwachsener mann und er hat immer noch den ted bei sich zu hause und ted aus der nette junge kuschelige bär ist mittlerweile ziemlich wie gesagt ja du bist schwein geworden genau aus dem teddy wurden schwein nein ja und so bringt er auch das leben von john immer so ein bisschen durcheinander also die freundin ist das schade der beziehung vor allem genau ja ja denn die freundin ist natürlich sehr genervt und von diesem proll teddy und sie stellt ihm auch ein ultimatum so nach dem motto ja entweder ted oder mich dann genau genau ja nach einem schweren herzens will er sich dann ein paar mal von ihm trennen und trifft sich dann heimlich mit ihm und so und er hatte ted hat dann ja auch eine eigene wohnung und schon da gibt es noch so eine geschichte wo noch so ein vater mit so einem sohn da will der sohn unbedingt diesen teddy haben und dann soll er dann noch entführt werden ja ja richtig jetzt als solche nebenhandlungen noch die da ja wie gesagt eine sehr derbe ja teilweise auch sehr platte komödie muss man sagen es ist natürlich gut gemacht der teddy ist toll in die gesetzt animiert effektmäßig super das sieht wirklich gut aus und so zum ende hin wird es ein bisschen kitschig muss ich sagen das passt dann irgendwie gar nicht zu dem zu diesem derben film jemand vorgesehen hat da wollen sie am ende wollen sie noch ein bisschen rührselig werden das fand ich dann eher etwas störende muss ich sagen das passt zum gesamtfilm einfach nicht aber im grunde genommen sehr sehr derbe sprüche also es ist auf keinen fall ein kinderfilm also er ist nicht umsonst ab 16 also das stimmt da sind einige sprüche dabei ne meinung mann er treibt sich auch mit einer frau mal zwischen der teddy und so kennt er nix dennoch eine sehr gelungene komödie wie ich finde an extras haben wir auch eine ganze menge unveröffentlichte szenen alternative szenen gag real making of teddy bär handgemenge wie er sieht es gibt eine szene wo er sich mit mike wahlberg prügelt was sie auch sehr gerne hingekriegt haben und den filmkommentar also was nicht schade ist es gab von der deutschen synchron fassung verschiedene variationen es gab noch eine spezielle version wo ted bayerisch spricht und eine andere wo ted berlinerisch spricht und die hätte man ja natürlich sehr schön auch hier mit auf blu-ray mitmachen können hat man aber als extra blu-rays herausgebracht das natürlich reine geld schneider haben wir unterstellen das ist ein bisschen schade weil das wäre natürlich witzig gewesen sich das mal anzuhören aber nur um es einmal zu hören kauf ich ja nicht dreimal die der mit blu-ray bin ich bescheuert das macht ja keiner dennoch hat mich der film gut unterhalten also ich würde dem film auch neun punkte geben und den extras sieben ja also neun punkte gebe ich den film jetzt nicht dafür war mir dann teilweise doch ein bisschen zu platt also sieben sieben punkte würde ich ihm geben und bei den extras würde ich aber sagen acht ja mensch alles ansichtssache mit dem humor kleiner mann genau ja dann viel spaß mit tett spaß mit tett spaß mit tett spaß mit tett